Na, Leute zusammen, mich hier ist wieder heute Land, heute wieder für euch in Devolfin unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, das wir über Tiefen unterspielen können und zwar habe ich da schon eine Quest, die wir gleich abschließen können und dort haben wir einmal das Mount Luftschiff des Tiefenforschers. Das ist auch dieses, was wir uns über die verschiedensten Aktivitäten in den Tiefen dann quasi anpassen können. Dazu werde ich bestimmt in der Zukunft noch das ein oder andere Video machen. Das ist jetzt aber schon mal das Grund-Mount. Wo kriegen wir das her? Wir bekommen von Bran eine Quest und zwar in der Hauptstadt und ja, der befindet sich einmal, wenn ihr guckt, hier in Dornogal und dann haben wir den hier auf den Koordinaten 47, 44. Das Ganze sind quasi zwei Quests, die wir machen müssen. Die erste Quest ist, dass wir erstmal einen Schlüssel besorgen müssen und zwar sind es diese hier, restaurierte Kastenschlüssel und die sind dafür da, dass wir quasi in den Tiefen oder im Englischen auch Delves genannt ein bisschen Zusatzloot bzw. besseren Loot kriegen. Wo bekommen wir die her? Naja, es gibt verschiedene Quellen. Unter anderem gibt es Weekly Quests, die den gewähren, aber auch Daily Quests. Und zwar ist es so, dass ihr in verschiedensten Zonen ab und an so eine Weltquest seht, die einmal so ein verschlossenes Symbol drauf hat. Da muss man erst drei normale Weltquests abschließen, dann wird sie freigeschalten und am Ende kriegt ihr eine Kiste und in der Kiste ist dann immer so ein Schlüssel neben einem Gear-Item drin. Und jetzt ist es so, dass wir für die erste Quest von Bran in eine Tiefe müssen, aber nicht in eine normale, sondern in so eine aufgewertete. Und zwar es gibt quasi diese normalen Delves, also hier Tiefen, und dann gibt es die, die aktuell großzügige Tiefen sind und da könnt ihr dann eure Schlüssel am Ende beim Endboss benutzen. Für die Quest habe ich jetzt tatsächlich keinen Schlüssel benutzen müssen, ich musste bloß einen haben und dann quasi eine großzügige Tiefe einmal abschließen. Welche ihr macht, bleibt sich relativ gleich, die switchen anscheinend auch. Und sobald wir das gemacht haben, können wir zurück zu Bran und die zweite Quest ist einfach dann ein bisschen Dialog und dann können wir das direkt abgeben. Also es ist nicht sonderlich viel Aufwand und dafür gibt es dann, wie gesagt, einmal das Luftschiff des Tiefenforschers und ein paar Tapferkeitsmarken. Und jetzt kriegen wir auch eine Folge-Quest, Helf-Bran, Stufe 10 zu erreichen. Also das habe ich jetzt zum Beispiel auch gleich fertig, können wir jetzt hier abgeben. Und anscheinend geht es dann hier immer noch ein bisschen weiter mit der kleinen Questreihe. So, wir gucken uns jetzt aber mal das Mount an. Erstmal lernen wir das. Und dann sitzen wir mal auf. Und wie ihr seht, ist das das schicke Ding. Ist natürlich wie alle anderen Mounts auch eins, wo wir quasi Drachenreiten verwenden können oder jetzt das dynamische Fliegen. Und wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, können wir das anpassen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob das quasi auch an dem Podium funktioniert. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal vorbei und schauen, ob wir da diese Optionen haben oder ob das irgendwie anders funktioniert, ob Blizzard da quasi ein neues System gemacht hat. Also jetzt gucken wir mal. Ah, nein, ich habe anscheinend schon den richtigen Riecher gehabt. Und ihr seht, hier haben wir jetzt quasi diese Grundversion. Uh, da gibt es einmal eine leeren Version. Dann haben wir hier verschiedenste Farben. Dann können wir den Propeller anpassen. Also da haben wir auch schon drei verschiedene Versionen. Dann können wir, ah, das ist hinten. Das Heck können wir anpassen. Dann haben wir oben das Banner. Können wir so ein Rotorblätter machen, ein Zeppelin oder die Flagge. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, das komplett random zu machen. Es sind jetzt relativ wenig Optionen drin. Auf Beta bzw. Alpha wurden wesentlich mehr gedatamined. Es kann sein, dass einige vielleicht hier auch hidden sind. Und was auch natürlich jetzt noch ein Faktor ist, dass einige auch erst in den nächsten Seasons dazukommen. Da werden ja die Devs dann immer auch ein bisschen angepasst. Und dann kann man das Mount anscheinend auch noch mal ein bisschen mehr anpassen. Also ich muss sagen, die aktuellen Optionen sind jetzt wirklich nicht sonderlich vielfältig. Aber es ist ganz nett, dass man auch hier jetzt wieder einen Mount hat, dass man quasi selber so ein bisschen customisen kann. Ich denke mal, über die Expansion hinweg wird da sicher das eine oder andere noch dazukommen. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Mountguide. Also sich das zu holen ist kein Aufwand. Die Anpassung, wie gesagt, da wird man das eine oder andere Achievement sicher in den Devs spielen müssen oder den einen oder anderen Drop holen. Juti, damit sind wir durch. Habt mich viel vor, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Videoguide wieder. Euer Tilar, bis dahin. Ciao.